ja nun ganz normaler tag in da und lässt ja aus irgendein grund fliege ich die ganze zeit jetzt irgendwie hoch in die luft und ich habe keine ahnung wieso ja ja schon irgendwie geil wenn ich wieder im bodenland könnte irgendwann müsste ich eigentlich wieder runterfallen also wenn sich auf den armen nehmen war mit den ganzen weg wieder zurück rennen und ja meine sorge leute ich komme aber ich muss bis zum boston alles klar hatte eine kurze abgezogen ja aber wir haben den geschafft sehr gut ja etwa ein bisschen hei leute habe ich was muss hey ganz schön grün hier ja ja angriff bank und da war schon oder glaube ich was neues da eine neue version nehme ich meine ich weiß nicht wird ja das mal gucken was er alles kann ja oder auch nicht was hat denn okay da gaben so dinge die wollen nicht so quetschen ich habe den macht perfekt und ich habe haben ausgerüstet einfach geht es eigentlich nicht ja er stinkt den seine achseln und flüssig der so damit der die nicht hört damit wir die nicht ich kann ich nicht hören ich höre nur die schreie des bmots ja jetzt nicht mehr der leger 100 bmots mit folgender waffe hammer hammer meisterschaft 18 ja 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 wenn ganz gut er ist bloß ja ich bin abgeworfen als runtergesprungen kam nicht verfolgen wo ist das ding weil das nicht mein ding platzieren also bloß lassen mich ja was machen und der tag hat nächste wem und überraschungsangriff steht da ja ich weiß was sollen das heißen kommt da jetzt noch ein b und man von himmel geflogen oder ich konnte in deren überraschungsangriff mit meinen überraschungsangriff da kommt was vom himmel pass auf es war ich na warte ich komme gesprungen jetzt pass auf verdammt wohl sagt ich sehe nicht ich bin schon gesprungen er kommt jetzt angeflogen ich hätte ihn unterbrechen müssen ich war aber am fliegen okay warte ich bin noch nicht da ja ich habe noch nichts gesehen ich sitze hier ich habe mich statt wie ich glaube wir können immer noch umdrehen mit den stein dahin werfen aber der wird den stein ich habe jetzt bis dahin ich glaube nicht ich gehe mal ein bank viel ist ganz schön groß ja ich bin in der rache gefangen gefängnis gegen sein weil er holt ihr da aus seinem gehirn raus ja haben wir schon jetzt gibt es noch nicht mal ansatz gezeigt was er kann und ist er bewegt sich nicht so viel besser oh gott von ein warte ich will nicht an schreien ich glaube ich soll erst mal warten wie auch gott ich habe irgendwie voneinander getrennt hat aber kaputt man die dinger glaube ich ich mache in jedem fall schaden also voll anti-climatic ja das sieht so aus ich werde nur ich hatte nur von allen seiten kaputt machen kaputt gemacht hat hier kaputt wird schon mal bringen ja da teilt er hat dann seine halten ja der noch eine wurzel war der top und denkt ich kann da irgendwie nicht dran gehen ich kann mich nicht dadurch teleportieren meine laterne ich reise dich aus dem boden pass auf ich reise den aus dem boden okay dann tut den bei dir auf dem boden ja er hat die hälfte verloren der sitze auf der heilquelle ist er schon aufgefallen ja sowieso werden jetzt daran ich habe so viel heil und ich kann ja ich bin jetzt irgendwie an dem fest da kommt mein leichen abgeflogen ja ich kann laufen ich habe stehen lauf mal hier sind die ganze kugeln ich habe mal ein trinkverkehr vielleicht einsetzen mein erstes ab kann ich nach ich muss nachladen ich kann das nicht schießen mit der dinge kaputt oder so ja nur eine hat ja naja naja lass mich doch machen den jetzt hat er einfach ja ich glaube ich bin vergibt aber ich bin eingesperrt was machen soll ich würde mal gucken ob man sich da heilen kann ja das geht haben wir schaffen wir haben nur alle unsere spritzen ich habe eine verbraucht gerade war nicht so schwer noch ein bisschen chaotisch ja so viele sachen auf einmal passiert sind da 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 da